Hi, Degayoshi wieder mit einem DVD-Film, den er euch näher bringen will. Die meisten werden ihn definitiv kennen. Es ist Full Metal Jacket in der 2-Disc Special Edition. Von dieser Edition gab es auch auf DVD das Steelbook mit dem selben Cover und dem selben Zeugs drin. Leider, wo ich den Film damals kaufen wollte, war mir das Steelbook zu teuer und auch sehr schnell ausverkauft. Da habe ich halt zu dieser normalen Amoray-Version gegriffen. Jetzt gibt es das Ding ja auf Blu-Ray, aber mir reicht ehrlich gesagt die DVD. Und wer den Film nicht hat, sollte ihn auf Blu-Ray kaufen. Ist klar, es gibt ja schöne Steelbooks jetzt auch davon. Und die Schweine des berühmtestes ist eh diese Ausbildung der Soldaten. Der Rest ist dann, naja, auch wieder normales Kriegsgedöns aus dem Wettnamenkrieg, glaube ich. Wurscht halt. Ja, also zu den Cover kann man nicht viel sagen. Es gab... Also ich hatte den Film damals noch in Snapper Case gehabt, das weiße Cover. Und meine DVD war damals sehr fehlerhaft. Und deswegen habe ich den nochmal hier in dieser Version gekauft. Und ja, hier ist wenigstens das Bild überarbeitet worden. Nochmal, ich glaube, warte, muss ich mal gucken. Ja doch, ich glaube, nochmal. Ja, genau, digital remastered. Hier steht es auch nochmal. Ja, digital remastered. Ja, das Prüfendste bei den Filmen ist nicht nur die Anfangsszenen, sondern auch der Soundtrack, den ich natürlich auch habe. Jo, das soll es von mir gewesen sein. Bis demnächst.